Ich bin Elsa, ich arbeite hier seit 18 Jahren. Meine Aufgabe ist, vorbereiten eine kalte Küche. Das bedeutet Frühstück am Morgen um 6 Uhr und machen Sandwich im Restaurant und Dessert. Das macht Spass. Ich arbeite gerne hier. Ich arbeite immer verschiedene Arbeiten. Wir haben auch ein sehr gutes Team. Das Team ist groß. Wir haben 23 Arbeiten und Schichtarbeiten. Was ich gerne mache, ist Dessert, weil ich gerne gerne. Neue Mitarbeiter sollten in unserem Team abpassen und flexibel sein. Es wäre schön, wenn Sie in unser Team kommen. das Team sind in der Mitte. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.